ARD Text im Auftrag von Funk Hallo! Was geht weiter? Wie dieser... Was auch immer... Wir sind ganz schön am... Abschwächeln! Wir müssen... Reinhauen! Ja... Ich guck mal eben im Thread nach... Ich geh erstmal wieder woanders looten, bevor ich da hinten wieder reingehe Wohin denn? Ja... Hier... Hier... Ja... Ich hab bald gar keine Flotte mehr... Ah, da! Zweiten! Ohhhh... Oh Gott, wo bin ich hier? Wo bist du denn hingegangen? Ich wurde weggeschlagen, ich weiß auch nicht mehr wo ich bin... Das Warner ist zerstört! Welcher? Hier wo ich grad bin... Wo bist du denn? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich! Ah... Kisten... Oh Scheiße, es ist so ne... Fake Chest... Also ich glaub du bist da hingegangen... Guck nach meiner Schrift... Noch ne Music Tiss und ein Skyroot Bucket... Sonst ist hier nix so dolles... Jetzt kann ich den mal eben droppen... Federn... Ohhhh... Alter... Werden noch echt nicht weniger... Da oben könnten wir raus... Falls wir irgendwie restocken sollen oder so... Der Dungeon bleibt glaub ich so wie er ist... Ach du... Ich bin schon wieder ganz woanders... Die hauen mich immer weg... Ich komm auch noch mal dahin... Wo ist er? Wo ist er? Wir schaffen das gar nicht den Bus zu hauen... Ich hab den vorhin richtig runter gehauen... Aber ich seh den nicht mehr... Da ist einer... Doch der hat weniger als die Hälfte deiner Leben... Ey das ist... Ne ich geh raus... Ich hol mir erst so richtig ordentlich... Loot und so... Was denn für Loot? Hm Kribbel was denn für Loot? Ne... Ja so... So richtig Waffen und so... Was alles... Ja wie denn? Entshattete Sachen... Die guten Waffen bekommt man ja erst hier... Den Dungeon... Wie soll man das schaffen? Okay dann... Ich muss jetzt... Die guten Waffen sind Dungeon Loots... Ja aber wir müssen ja erstmal die Keys sammeln... Um überhaupt ins Innere zu kommen... Da ist nämlich so ne Tür... Die braucht 5 Keys... Hm... Ohhhh... Ohhhh... Ohhhhhhhh... Der ist so fast tot, ne? Der kackt die Dinger aus. Ne wirklich, die kommen unter ihm raus. Und weg, weg! Oh mein Gott! Ich wusste es. Jetzt habe ich hier schon am Anfang Voll Damage genommen. Man muss einfach immer wieder und wieder hin. Ey jetzt, Daniel. Stell dir das mal vor und du hast kein Keep Inventory. Das wäre heftig. Ja. Hier steht einfach, das ist so beabsichtigt, dass man das so macht. Aber halt mit mehr Players irgendwie so. Ey, der hat nicht mehr so viele Leben, um mal ehrlich zu sein. Ey, Mann. Mann. Oh, das ist kacke. Ich versuche jetzt was. Boah! Das ist eindeutig zu viele von den scheiß Slidern. Echt, Mann. Versuch was. Oh. Das geht aber nicht. Okay, und? Bumm, 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 bumm. Den haben wir echt bald. Wir müssten uns eigentlich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, den zu töten anstatt... Ich mach das die ganze Zeit. Der hat fast kein Leben mehr. Ich hab dem so viel Leben schon abgezogen. Der ist hier. Der ist hier. Wir können den gut... Oh, Mann, wenn ich... Ja, vorhin konnte ich den von da aus schlagen. Wenn ich später Sprint hab, ne? Hätte, dann wär das alles hier weniger Problem. Ist so. Wow, ich hab dem ja gerade das übelste Stück abgezogen. Das übelste Stück. So, richtig so. Mehr als das, was er noch hat jetzt. Oh, noch einen Schlag. Noch einen Schlag. Schon wieder respawn lassen. Shit. Wir müssen irgendjemanden einladen, mit uns zu spielen. Ey, der braucht noch einen Schlag. Ich hab den gerade noch mal so runtergehauen. Ich kann einfach nicht sprinten. Ist so, das ist bei mir auch ein bisschen problematisch. Die ganze Zeit, wieso läuf ich so langsam? Wo ist der hin? Oh, der ist dahin. Der hat sich versteckt. Ich war... Ne, ich hab den bis dahin beschlagen. So. Ja. Na, klasse. Ah, hier, Jungs. Komm at me, komm at me. Ey, Kribbel, da bekommen wir den nicht. Okay. Warte, 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 die folgen dir. Das heißt, ich hab ihn gerade tötet. Ich hab ihn. Ja? Und hast du da gedroppt? Ich weiß nicht. Mein Inventar ist voll. Hier, also Coins. Warte, ich guck gerade. Der müsste eigentlich, glaube ich, einen Schlüssel droppen, oder? Boah! Jetzt fände ich gut, wenn die ganzen Viecher dies bohren würden. Weißt du, jetzt haben wir mit denen aber keine Probleme mehr, wenn der... Shit, 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 shit. Oh Gott. Ich weiß, dass ich jetzt gleich schon wieder wahrscheinlich sterbe. Gut, ich hab hier irgendwas. Die müssen auch ne Schwäche oder so weit haben. Die sind halt gleich zu töten. Vielleicht Wasser. Slides können ja auch nicht so gut in Wasser. Na wegen, jetzt haben wir einen schon mal down. Aber der müsste ja nicht so ein Schlüssel droppen. I don't know. Ich renne grad hier rüber und guck. Aber hier liegt nichts. Boah! Explodiert mich nicht immer weg hier! Oh Scheiße! Wachen! Es sind einfach zu viele von denen. Muss weniger werden. Ist so. Das macht den ganzen Mod kaputt. Das war auch nicht so übel in der Äther 1. Ich hab zwar nicht viel gezockt, aber ich weiß das. Alter 1 war das Ganze irgendwie ein bisschen besser sogar. Oh mein Gott, ich hab schon über 100 Coins. Ich weiß, das seh ich da. Ich brauch auch mal ein paar mehr. Mein Inventar ist auch voll. Ja ja, das brauch ich mir auch. Das war so ein Cube-Töne. Einer ist auch schon fast bei der Hälfte. Warte? Da hab ich letzten, also ganz am Anfang, richtig ordentlich untergegangen. Sorge mal eben ein bisschen Stuff. Das ist er nicht. Ja, er hier ist fast tot, der Cube. Weil ich hab den vorhin schon richtig geschlagen. Warte. Und... Der hier. Bin getötet. Ja, aber ich hab hier die ganze Herzfone runtergehauen. Der andere ist noch richtig hoch. Der andere mach ich grad richtig kaputt, alter. Was denn? Geht eigentlich schon schnell. Wären dann nicht ne ganz kleine Viecher. Mein Schwerd ist kaputt. Oh oh. Nein. Ah. Ich komme. Ich bin fast da. Ah. Ich hab aber gar nichts mehr, um ein Schwert zu machen. No, Eisenschwert kann ich machen. Ich hab den fast. Den anderen. Ja, ich hab den anderen. Jetzt ist hier eigentlich fast alles frei. Ich frage mich, warum wir keine Keys haben. Doch, da oben steht noch Kies. Ja, aber stimmt. Da oben steht, wir haben Kies. Einen blauen, zwei rote. Wo steht das? Oben in der Ecke. In welcher Ecke? Rechts. Bei mir nicht. Im... Ach da, wenn du ins Inventar gehst oder es geht. Generell, auch sonst. Bei mir steht das die ganze Zeit da. Hast du einen Minimap? Nein. Ich schon. Ja. Ähm. Ja, hier hilft noch einer. Na, warte mal. Warte, warte, warte vorher. Ja, ich leuchte nur alles aus, solange wir den nicht attackieren, passiert nichts. Nein, jetzt hab ich wieder den Scheiß eingesammelt, den ich gerade ausgespuckt hab. Du musst nämlich noch eben ein Eisenschwert machen. Ey, wir müssen einfach jetzt auf den draufhauen. Ja klar, aber ich muss mir eben ein Schwert machen, weil ich hab gar kein Schwert. Ja. Shit, hast du noch mal alles Holz? Äh, zwei. Ja, brauch ich. Ganz schnell, komm hoch zur Workbench. Warte. Ich bin gerade eben die Chestances am looten. Ich bin nur einer, die... Hier sind Iron Boots. Von mir! Brauch ich nicht mehr. Machst du schon so weit da drin? Ja. Aber die anderen Chests waren nicht gelootet. Hier liegen noch Eisensachen auf dem Boden. Aber ich komm gerade hoch. Außerdem hast du mir vorhin fünf Holz hier. Da. Kann ich da was irgendwas machen? Nee. Ähm. Nachst du noch Food? Nee. Ein Steak. Das war's. Oh verdammt. Ich hab keine Fackeln mehr. Sollen wir mal so, äh, re-dingsen da? Komm doch bitte her! Ich steh doch neben dir! Gib mir... Holz! Hast du schon längst? Oh mein Gott. Meine Müt! Du passt doch mal wie sie besser auf! Ich hab mir grad den Dingens-Thread durchgelesen, den äh... Äther-Thread. Okay. Ich lief jetzt mal eben, ne? Wieso? Wenn du liefst, dann lief die Party. Wie? Wenn du liefst, dann lief ich auch mit. Das ist ein Partyfight. Ja, aber dann komm mal mit raus. Dann wird alle... Dann regeneriert... Wenn die... Wenn die Party den verlässt, dann regeneriert er sich komplett neu. Nein. Doch! Wo hast du denn das her? Mh... Mh... Gerade eben noch gelesen. Aus dem... Thread-Eto2. Also hier steht, Each Dungeon can only be left three times before it becomes unusable. The Dungeon has three massive... On top of this... So steht das mal. Dungeons also regenerate their loot, minibosses and bosses after a party leave. Ja, auf der Party. Bist hier 100% sicher, dass beide lieben? Wenn ich jetzt rausgeh? Warum willst du denn rausgehen? Ja, um... Essen zu holen. Ich sterbe hier. Äh... Ja, scheiß drauf. Wenn du stirbst, hast du eh wieder neue... Neuer Hunger und so. Ja, aber... Mann. Ich hab keinen Bock, die ganzen Neuen zu defeaten. Kann auch sein, dass nur einer rausgehen. Ja, egal. Ja, versuch. Ne. Wenn ich sterbe, dann gleich versuch ich das. So, dann attackieren wir den auf drei. Achtung. Ich glaub, der... Ich glaub, der für die macht bester von Damage. Oh! 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 Ich versuch da jetzt, ne? Wie? Whatever. Guck. Member Left Dungeon. Ja, und du bist noch da drin, ne? Mh... Ja. Ja, also. Dungeon Group Crew, das MC. Okay, aber wie willst du essen? Essen bekommen? Ja, ich renne schnell zurück. Normale Welt? Äh, ja, war schon. Verdammt, jetzt attackiert mich hier schon draußen so fähig. Okay, dann, äh, bring mir aber was mit. Oh, mein Schwert ist Schrott. Verdammt, wo ist denn zurück? Oh mein Gott. Ey, ich weiß gar nicht wohin. Ähm... Spring doch einfach aus der Welt. Oh, verliegt meine Coins. Kann man die eigentlich irgendwie storen, die Coins? Nope. Ich glaube nicht. Und was fängt man mit denen an? Weiß ich nicht. Äh... Komisch. Echt komisch. Echt so, ne? Jungenofür müssen die ja sein. Hier war glaube ich ja... Hey, warum ist der jetzt wieder normal... Hey, warum ist der jetzt wieder blau gewesen? Keine Ahnung. Ich hab den gleich tot, ne? Nice. Wir hätten uns mehr darauf konzentrieren sollen, auf die Bosse zu schlagen und nicht auf die ganzen kleinen Mannekes daneben. Hallo, das hab ich nur gemacht. Echt? Ich hab die ganze Zeit noch die Mannekes geschlagen. Deswegen war doch der Boss auch so gut wie tot. Wetter Sprint ist das, was mir am meisten fehlt. Ich kann das nicht ohne. Ist auch so. Das ist der Shit, Alter. Verdammt. Wir müssen das mal besser organisieren. Sprint. Doch, einfach. Verdammte Scheiße. Man muss zu denen einfach ausweichen. Dann den Dingens tricken, so umecken laufen und so. Ja, aber das ist halt so, der kackt dir aus. Dann sind die direkt vor dir oder explodieren direkt schon. Ja, der hat glaub ich hart dünn Fiff. Wird auch dünn Fiff. Wird auch dünn Fiff. Wird auch dünn Fiff. Wird auch dünn Fiff. Hat Quadrat Shit. Und wenn nein, du Saltschenschläge schlägt. Ich hab noch vier, fünf Schläge. Äh, vier mal sterben, dann hab ich den. Oh, ich bin jetzt grad eher normal im Bild. Ähh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Die- Ja, ich hasse es. Wie ist denn das mit Food? Was packen wir denn in den Ofen? Ähhh, alles was dann Food da ist. Ähh, ist das so was ich nicht als schlafen? gar nicht so vielleicht oben in den kisten noch hoffentlich nicht haben wir nicht irgendwo eine food kiste ja ich nehme alles mit okay es ist immer noch nicht viel oder 28 bacon dinge da und 17 steaks ja okay doch doch ja okay aber ich muss davon jetzt auch an essen es teils hier we go der kackt hier echt aus ich hasse sprint so sehr ne und rennen 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 warum rennt denn nicht man ist so vergesslich jetzt ich kann mich nicht ob das spiel konzentrieren wenn ich nicht natürlich sprinten kann haben wir holz oder steaks alles nicht da bringen wir müssten von allem ein bisschen was mit und zorte elementar auspackt alles was du nicht brauchst am besten haben wir eine kiste weil ich habe ich schon immer das ist für den guten loot gleich da ist ein bisschen skillet wie langweilig ja ist wenn man hier einmal gefaltet hat macht er dann nichts mehr ans ich fälle einen baum das sollte erstmal reichen für steaks holz so blöcke holz brauchen wir nicht holz so blöcke holz so brauchen wir nicht boah nein scheiße unsere anti-spinnen-funktion funzt nicht ja ne die sind hier erst vor ich höre gleich ne ohne bitte sind ist mein leben für den arsch boah ich bin schon wieder tot hey diesen golden gummi sweat die nennt man nicht essen können wir sind lecker und können vielleicht kann ich vielleicht kann ich jetzt durch inventar dir im dungeon social äh party list ja wir sind nicht mehr in der party oder na klar immer noch party party hard coinbar ähm kann ich das irgendwo vielleicht dir joinen was jetzt also kann ich nicht also ich muss das jetzt alleine machen hier ne ne ach nicht so ich dachte über social im inventar vielleicht könnte ich so ey das geht gar nicht klar ich bin auch auf dem weg die nerven mich sowas von ne weil ich das finden kann ey alle meine xp ist schon wieder weg vielleicht muss ich einmal xp kriegen dann ist sie wieder da aber letztes Mal das ist auch bei in the nether manchmal so hab ich noch nie gesehen im multiplayer ist das auch schon so ich bin mir ziemlich sicher und das war auch bei captain sparkles ist bei captain sparkles auch immer bei divine apg so wenn der aus dem portal kommt ist auch immer weg ja ich bin durch die welt gefallen ey mit creative ist man viel schneller durchs portal ey ausnahmsweise ich tp mich jetzt zum waypoint weil du brauchst hilfe ich bin da also ich muss jetzt aber noch in den dungeon da steht jetzt occupied oh god sorry but at this time the dungeon is occupied by your party please come back at a later time ich kann nicht join you cannot teleport kribbel into a dungeon alter oh fuu jetzt werde ich hier draußen noch ey der finger kacke wieso kann ich da nicht join willst du mal raus und dann ganz schnell rein nein das geht nicht das geht nicht das geht auf keinen fall ich hab kein bock alle neu zu bekämpfen ja gut oh Junge noch einen schlag auf den und der ist tot oder du bist tot noch einen schlag auf den und der ist tot ich hab den grad ehemal gehittet oh god better sprint ne wenn ich dat nicht bekomme irgendwann ich raste aus ich komm mir so lahm vor ne ich glaub ich hol mir dieses davidys toggle sprint einfach ja wollte ich dir auch machen komm los du kockst noch ein bisschen auf du bist tot tot wie dad was der ist tot wer weiß ich muss jetzt nur noch die ganzen minions töten ich log die am besten weg schießt ihr ab mann das ist ja kacke da ich da nicht mehr rein kann ne nein das sind die mini boss ist jetzt gleich kommt der große boss ja da steht man die ganze Zeit im mini shit mann ich will den auch sehen ja ich will den allein schaffe ich den nicht das ist nicht dafür konzipiert dass man das alleine macht ja das ist ja schon für zwei spieler zu heftig ich sag ja geh nicht raus was ich hab mir gesagt du solltest nicht raus gehen ja mein aber was soll ich denn sonst machen ja ich hab doch auch nichts zu essen und ich mach das hier klar und deutlich logisch weg aber ich hatte ja auch keine waffen mehr ich hab nur noch 25 iron ingots ja hättest du mal was gesagt ja hättest du mal was gesagt ich hab dir das hab ich gesagt guck dir die Aufnahme an ja guck ich dir ja von iron ingots hab ich nichts gehört ja nein hab ich ja gesagt brauchst du nicht ich hab doch das ich hab auch nichts von iron ingots gesagt ok wo muss ich jetzt hin ich weiß nicht was willst du machen ich bin jetzt fertig ich hab jetzt die ganzen vier was ist Musik ich muss jetzt weiter ja da musst du durch die tür wo ist die an so einer wand an der wand hier nein hä im wo denn ungefähr im krall der wo denn oh das war in der letzten was ist denn jetzt los ey in unserer welt wurde ein neues portal gemacht als ich grad durch die welt gefallen bin ja boah wo ist denn ich weiß nicht wo ich bin jetzt geh ich mal hier durch in den nether aber ich bin noch game ach nicht in den nether ach ne ich wohl noch einen mehr ach einen key mehr ja warte mal ich glaub hier ist ein stil wo man reingehen kann doch nicht oh nein das ist so ein Eis ding shit 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 ja ich hab die tür gefunden aber ich weiß nicht wo der vierte Miniboss ist what the fuck ist das für ein Viech Hilfe ich kann nicht kommen ich lecke doch nicht was sind das für viecher geht gar nicht klar ja ich liebe jetzt auch den land dann lass mal gucken ob das jetzt geht oder nicht als ich komme auch dahin ich bin da ich sagte die minibus die sind gleich wieder da ich würde das überprüfen aber warte ich hab was vorhören siehst du das neue nether buch ins portal das portal da wenn du da hoch guckst da hinten nach 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 hinter dir da hinten im himmel ist das das mal hier hoch ich hab gesendet ich hab's london ist ja ich hab gerade london es gab für 0 sekunden und zwar konstant weiße um du bist jetzt raus hatte im hinteren party drohen er ist er ist wieder neu so neu aufgesetzt das kann man dreimal machen ja ich werde jetzt nicht alles ganz jetzt nicht normal machen wir treten nein aber ich wollte nur mal sagen kribbel du bist da drin und ich kann jetzt nicht mehr rein ich komme raus das heißt wir können jetzt nur noch einmal rein ja aber im generellen das ist eigentlich voll der duplikator ich habe recht auf dreimal deshalb auch dreimal ja trotzdem so viele items wie man da schon kriegt ich bin jetzt raus ne ja los rein da ach so sendest du mir eine anfrage warte ich muss erstmal den typ mit töten so ja ok ok mache ich jeden cent ach du nimmst du an was kribbel der ist jetzt wieder occupied von dir ich bin nicht drin hä ich bin auch nicht drin was ist denn das für ein scheiß rechtsklick would you like to leave this hä ich bin nicht drin und der fragt mich ob ich lieben will mach mal äh äh ja hab ich jetzt gemacht jetzt ist er conquered ja toll ja das war jetzt aber ein bug ach den scheiß egal wir suchen uns einen neuen da müssen wir nur ein stück laufen lass erstmal ich gehe nochmal zurück nö was machst du jetzt ja ich guck mir jetzt an ich suche einen neuen dungeon ok scheiß alter ich hab da nicht umsonst noch weitere weiß ich nicht wie lange verbracht also schon umsonst na klasse jetzt bin ich auch noch fucking fucking oh verdammt wir hatten schon wieder so lange aufgefunden wir müssen jetzt beenden ja ich bin jetzt sehr tot ok ähm gut ich finde hier auch nichts mehr ja also bugs sind auf jeden Fall noch da aber ich finde da nicht so doll dass man da dann nicht mehr rein kann und dass der sich neu aufsetzt ja das ist habsichtlich so oder weil das eigentlich für mehrere Partys gedacht ist das Spiel also der Mod ja ja also für große Server deswegen gibt es ja auch die universellen Server da ja nicht universell aber so große Server ja tschüss äh jo warte ich buch noch jemand und tschüss tschüss